Harry Martinson, wenn der Tau gefallen Ein Nachtfalter auf Orchideensuche winkt mit leisen Flügeln in der Grasdämmerung und die Schnecke kommt tiefschwarz hervor. Sie beginnt ihre Wanderung nebelwärts. Alles ist so still, dass die Gräser sich nicht zu rühren wagen. Doch plötzlich und lautlos wirft die anbrechende Nacht ihren Handschuh durch die Mückenwolken. Eine Fledermaus Harry Martinson, wenn der Tau gefallen Übersetzt von Peter Zimmermann Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch Naturbetrachtungen erschienen im Afaya Verlag